Hat das gerade klingelt? Haben wir Klingel. Dann klopft man an die Tür oder ans Fenster oder kommt einfach so rein. Lene? Paul. Die kennen sich anscheinend. 21.45 Uhr, Aschenbrenner, 5 Bier, 3 Schnaps. Der Barschel, der mal wieder Kollegen ausspüren, ja? Oh mein. Hab jetzt wichtige Informationen zerstört? Du Zipfinglatscher. Franz Eberhofer, Sie sind vorläufig festnummern. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja super, das hab ich schon vermisst. Sie klangen aber jetzt nicht ernst auf, dass ich den Barschel umbracht hab. Der Franz wird doch niemals jemanden umbringen. Jeden schissenen Tag Griesnuckelsuppen. Bloß weil er da mit seinen alten Zähnen nix mehr da knatschen kann, verstehst du, müssen wir dasselbe Club fressen. Ja, die Frau Eberhofer auf ihren alten Tag noch eine Affäre. Eine Griesnuckel-Affäre. Wir fühlen der Witwe Barschel mal auf den Zahn. Vermitteln Sie sich vielleicht? Nein, warum? Warum fangen Sie dann mit dem Dienstwagen rum? Ich muss. Termine, Termine. Ich leg mich doch am Arsch an. Wo ist denn die Oma? Im Bett. Die Oma. Ist was passiert? Das Gästezimmer ist leer. Vielleicht ist er abgereist, der Paul. Die Schuhe von ihrem stehen noch vor ihrem Zimmer. Was sagen dort Leute dazu? Die Oma, die Oma. Servus Franzi. Serienkiller. Der Messerstecher von Niederkaltenkirchen. Hau wie die Ere. Wieso lässt du dich von der Tussi zum Abendessen einlagen? Weil ich meine Unschuld beweisen muss, weil sie ja sonst keiner tut. Ich hab sie sowas von am Arsch, Eberhofer. Sieh mich auch. Glauben Sie, das LKA ist auf der Brennsuppe hinterher geschwommen? Kann das sein, dass wir ein Problem mit dem Alkohol haben? Diana weiß es nicht. Ich nicht. Na, jetzt muss ich da in den Bart reinlaufen. Oh. Juhu. Plötzlich, wo ist denn dein Baby? Die Amy Gertrud. Scheiße.